Einen kurzen Gruß aus dem Dschungel hier. Hinter uns seht ihr zumindest einen kleinen Teil von dem Wasserfall, der ist von oben runter riesig, den kriege ich hier jetzt aber gar nicht drauf. Aber was schön ist unten, als ihr mal was sehen könnt, ist so ein natürliches Decken, wo wir jetzt auch zum Baden reingehen. Und rundum wachsen logischerweise Bananen, Pinnas, also Ananas, was haben wir noch, Papaya hier, Mango ohne Ende, Avocado, es ist echt super. Von daher jetzt Erfrischung und dann gibt es ein leckeres Mittagessen. Ich wünsche dir auch einen traumhaft schönen Tag und liebe Grüße aus Kolumbien.